Wir schreiben Geschichte. Speedrun-Geschichte. Lange war es regelrecht ein Meme in der Super Mario 64 Speedrun-Szene. Selbst in meinem Stream kamen immer wieder Menschen rein, die meinten, ich soll den Carpetless machen, komm schon. Das holst du mit dem Carpetless wieder auf. Und jedem war bewusst, niemand wird so dumm sein, den Carpetless überhaupt in seine Route aufzunehmen. Ach, doch nun kommt alles anders. Aber was ist überhaupt der Carpetless? Im Grunde geht es hierbei um das Level Rainbow Ride. Dort befindet sich oben auf dem Haus im Himmel ein Stern, den man Vanilla nur nach einer sehr, sehr langen Autoscroller-Passage holen kann, der bisher halt, äh, ja, regelrecht unskippbar war. Doch dann kam der 30. Januar 2013 und man fand endlich einen Weg, den Carpetless von Menschenhand, also ohne einen Taskbot, auszuführen. Zwar mit Safe States, aber immerhin. Das Ganze lief mit einer übelst präzisen Abläufe und dem Ausnutzen eines Bob-Oms, den man bis zu seiner maximalen Größe aufbläht, um sich dann von dem halt, äh, quer über die Map drücken zu lassen. Und im Grunde vom Prinzip her das ähnlich zu haben wie beim Kettenhund-Clitch oder dem Pillarless, den man aus, äh, SSL halt her kennt. Aber an dieser Stelle ist eben dieser Klitsch um Welten schwieriger als, äh, eben bei den vorher genannten, beim Kettenhund oder halt sich in die Pyramide rein zu klitschen. Insgesamt muss man den Bob-Oms dafür zweimal werfen und wieder auffangen und dann in so einem präzisen Winkel stehen, dass man auf der anderen Seite der Map eben, äh, genau diesen Teleporter trifft, indem man sich hoch auf dieses Haus teleportiert, auf den Balkon davon. Ist man auf dem Balkon angekommen, muss man von da aus weiter mit Side-Flips und dann First-Frame-Wall-Kicks sich hocharbeiten bis aufs Dach und das, äh, ohne Safe States ist das halt sehr, sehr lange nicht geschehen. Erst im Mai 2019 gelang es dann Seer, den Kuppetless ohne Safe States hinzubekommen. Und by the way, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und damit war es geschehen. Das Meme lebte so richtig auf. Und zum allerersten Mal war der Kuppetless halt komplett geschafft worden von Menschenhand. Und ja, dennoch war man meilenweit davon entfernt. Und diesen halt wirklich zu verwenden, wirklich in Runs zu verwenden, weil er einfach ein so hohes Risiko hatte. Ganz, ganz wenige Runner haben überhaupt mal versucht, diesen Ablauf mit in einen Run aufzunehmen. Und so zog sich das jetzt insgesamt noch vier Jahre hin. Bis jetzt, zum 18.09.2023, also vier Jahre später, Kriterit ein Video auf YouTube hochloot mit dem Namen Kuppetless Setup SM64. Und damit ging es los. Kriterit hatte endlich einen Weg gefunden, wie man relativ konsistent diesen Kuppetless halt hinbekommen kann. Und das komplett ohne dieses Setup mit dem Pop-Up, wo man schon präzise sich einmal über die gesamte Map halt drücken lassen muss. Ja, ab diesem Moment, wo dieses Video online kam, hat sich gefühlt jeder Top-Runner der Szene mit dem Kuppetless beschäftigt, sei es ein Simpli, Soichi, Vigi, Cheese und viele, viele einfach mehr. Und die Setups entwickelten sich weiter. Einen Tag, nachdem Kriterit ein Setup vorgestellt hat, kam bereits ein neues Video online von ihm, wo er das sogenannte Oracle Jones Setup vorgestellt hat. Eine vereinfachte Version seines bisherigen Setups, bei dem man für die Ausgangsposition nicht mehr einen kompletten Circle Crawl muss, sondern einfach nur noch ein ganz kurzes kleines Stück, um den perfekten Winkel halt zu haben. Und zudem konnte man bei dieser Version nicht nur einen First-Frame-Wallkick benutzen, der halt ein übelstes Maß an, ja, Präzision beim Wallkick braucht, sondern ein Four-Frame-Wallkick. Das heißt, man hat insgesamt vom Zeitfenster her noch drei Frames mehr, bis man den Wallkick gesetzt haben muss. Damit wurde das Ganze eine Ecke leichter, um diesen Wallkick überhaupt umzusetzen. Doch, da war noch längst nicht Schluss. Am gleichen Tag machte er ein weiteres Video online, mit einem Dictionary, in dem er den Ablauf für verschiedene Frames gelistet hatte, die man bei dem Jones Setup treffen kann. Damit war es einfach möglich, wenn man weiß, welchen Frame man getroffen hat, den Carpetless entsprechend anzupassen, damit er auf jeden Fall dort klappt. Hey, pst! Mir hat da ein Vöglein gezwitschert. Du hast doch kein Abo dagelassen. Schnell, hol's schnell nach, kriegt keiner mit. Tja, und das war immer noch nicht alles. Einen weiteren Tag später brachte er nochmal ein neues Carpetless Setup aus. Den Article James. Laut seiner Aussage etwas schneller, aber marginal weniger Consistent als das bisherige Jones Setup. Das war Tag 3. Und heute, am 22.09.23, wo ich dieses Video hier gerade aufnehme, machte er bereits wieder ein neues Setup heraus. Das Malt-Michael-Setup. Dies soll etwas langsamer sein, dafür aber auch leichter. Von außen betrachtet wirken die Änderungen bzw. die Fortschritte vielleicht minimal. Beachtet man allerdings, dass diese gesamten Fortschritte innerhalb von nur vier Tagen passieren. Nachdem es 2013 überhaupt erst einem Menschen gelungen ist, diese Passage zu skippen und der letzte wirkliche Fortschritt auf dem Gebiet 2019 geschehen ist, wird einem erst wirklich klar, was diese Entdeckung für die 120 Star Speedruns in Super Mario 64 bedeutet. Dies dürfte die größte Entdeckung auf dem Gebiet seit der Entdeckung des BLJs sein. Wenn man mal das Zeitersparnis betrachtet, was uns dieser Skipp halt gibt. Ich hoffe, dieser Exkurs in die Entwicklung der Super Mario 64 Speedrun-Geschichte hat euch gefallen. In einigen Punkten beziehe ich mich hier auf die super Zusammenfassung von Simpli, welche ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Check-Scan aus, ist halt auf Englisch, aber damit, denke ich mal, kommen die meisten von euch klar. Ähm, und jetzt ist die Frage an euch. Was denkt ihr? Ist damit der letzte große Trick in Super Mario 64 gefunden worden? Das letzte große Zeitersparnis, was es geben wird? Und sind wir damit langsam an einem Punkt angekommen, den wir auch schon bei Super Mario Bros. haben, wo es sich einfach nur noch um, am Ende Millisekunden drehen wird, wo man einfach sagen kann, das Spiel ist so durchoptimiert, dass wir keine großen Schritte mehr haben werden. Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Edi. Tschau. Bis zum nächsten Mal.